Moin Freunde, willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Am 13.04.2021 um 12 Uhr startet unser langesehendes Minecraft-Sell-Out-Stream-Projekt. Ihr habt ja auf Twitch eine Community-Challenge gehabt. 50.000 Punkte sammeln für einen Sell-Out-Stream und ihr habt es geschafft, lol. Und deswegen haben wir mit Steffen was ganz Cooles geplant. Ja, Steffen machte auch mit, ich weiß, richtig schade. Eigentlich will ich ihn nicht dabei haben. Spaß, Steffen, ich liebe dich. Der ist übrigens auch dabei. Du, man soll so ein Rätowoll. Und so werden wir am Mittwoch einen Sell-Out-Stream machen. Dann ab 12 Uhr bis 0 Uhr, das heißt 12 Stunden normaler Stream. Und dann noch das ganze Geld, was in diese 12 Stunden reinkommt, wird dazu noch getan. Ich glaube, es wird böse enden. Ganz kurz zu den Regeln. Bei einem Tier 1-Sub, also Tier 1-Sub, 5 Minuten. Tier 2-Sub, 10 Minuten. Tier 3-Sub, 20 Minuten. Bei 100 Bits einem Türen länger. Bei 1 Euro einem Türen länger. Beides wird erst ab 1 Euro getriggert, also bei dem Fall 100 Bits oder 1 Euro. Ein Zuschauer ist gleich 10 Sekunden länger. Das gilt aber erst bei einem Raid oder Host ab 10 Zuschauern. Das waren sozusagen die Infos zum Sell-Out-Stream. Das Ganze wird ein einmaliges Projekt sein. Dieses Projekt wird nur so lange existieren, solange der Stream läuft. Und es wird es dann auch nie wieder mehr geben. Ja, solange der Stream läuft, wird das Projekt existieren. Und danach nie wieder mehr. Wir spielen auf Minecraft 1.18.2, auf Hardcore, in einer Amplified-Welt. Und wir haben nur 200 Blöcke in jeder Richtung. Wir haben eine World Border, die ist 400x400 Blöcke. Ist das klein eigentlich. Wir haben ein spezielles Texture Pack und Shaderpflicht, wo das Gameplay einfach aussieht wie der fucking Minecraft-Trailer. Das ist auch richtig geil. Und wenn wir sterben, müssen wir einen schon länger streamen. Wir werden eure Donations alle als Schilder in Minecraft platzieren. Wenn ihr jetzt nur 1 Euro gebt, kommt dann euer Name und halt euer Betrag aufnehmert in Minecraft rein. Und es wird eine goldene Liste geben, wo die Top 3 Spender sozusagen draufkommen. Wenn wir halt sterben in Minecraft, müssen wir dann schon länger streamen. Und halt die ganzen Science auch in die Neuwelt rüber tun. Das wird sehr, sehr dumm. Ich hoffe, ihr freut euch. Seid dabei. 12 Stunden lang Minecraft Hardcore Amplified. Zwei Vollidioten spielen mit einem fucking Shader. Shader and Texture Pack, das aussieht wie dieses fucking Minecraft-Trailer. Und werden bestimmt so um die 16 Stunden streamen. Von 12 Uhr mittags bis Open End. Das könnte sehr lustig werden. Aber seid dabei, diesen Mittwoch, 12 Uhr. Ab 12 Uhr. Außerdem, Freunde, da ich es gerade dezent vergessen habe, während ihr gerade das Video anschaut, ist mein neuer Discord-Server jetzt released. Der ganz neue Donations-Server, das ist der Link. Oder auch einfach gerne in die Beschreibung verklicken. Da gibt es Self-Rolls. Ihr könnt scheinen, wie bei welcher Farbe ihr seid. Ihr könnt sehen, wenn ich live bin auf einer Discord-Rolle. Es gibt Downloads zu verschiedenen Projekten und Tools und was weiß ich. Und ich wünsche euch viel Spaß da und ne schöne Zeit. Ich hab gerade meinen Sock reingeklemmt. Schreibt euch in den Kalender. Oha, Digga, mittlerweile krieg ich mein Mikrofon echt krasser, mehr in meinen Mund rein als vor einem Jahr. Oh, Gott. ARD Text im Auftrag von Funk